Hallo Leute und herzlich willkommen, mein Name ist Minecraft953 und ich begrüße euch hier herzlich zu einer neuen Let's Play Together Staffel von World of Tanks. Ja, Let's Play Together, wisst ihr, ist ja ein Spiel, was man mit mehreren spielt, wir sind heute zu dritt, ja, der Inrop2194 ist dabei und, ja, MrBoostLP, sag ich jetzt mal, er wollte es, dass ich es ihn anders nenne, aber ich mach's einfach so, die begrüßen euch einmal beide mit einem freundliches Hallo und dann geht's auch schon gleich ins Gefecht rein. Hallo. Möte. Ja, synchron. Ähm, wundert euch nicht, warum ich so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, komisch rede, ich hab ein Bäuschen im Mund, ich habe nämlich, äh, ein bisschen Erkältung, ne, aber okay, wir starten das Gefecht, also, wie gesagt, drei Leute, der Inrop2194 hat ein, ähm, 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 Premium-Account, deswegen startet der jetzt eigentlich mal langsam das Gefecht, sonst sitzen wir morgen noch hier. Achso, ich sollte mal bereit drücken. Ja, ich muss noch vorne Panzer auswählen, richtig. Okay, los geht's. Ja, los geht's. Wir spielen in Himmelsdorf, also, das heißt, wir bleiben wieder zusammen. Ich fahr heute mal mit dem T18, der Robin fährt mit dem PZ35T und der MacBoostLP spielt mit dem BT2. Ich seh schon, es ist wieder ordentlich viel dabei. Mal gucken, wie die Runden ablaufen, äh, ich denke mal, dass wir zusammenbleiben, oder? Oder seh ich hier was Falsches? Nö. Wir fahren auch rechts rum, also, du kannst ja schon so stehen bleiben. Sascha? Ja. Wird ein interessantes Spiel, hoffe ich. Ich hoffe mal, dass wir wieder gewinnen. Ich sag's ja, Alter, mit Heldschmerzen, ne, und dann noch ein Video drehen. Heftige Situation. Ja, danke Patrick, jetzt hast du die wahre Identität von MacBoostLP verraten. Ja. Also, ihr müsst euch das mal vorstellen, wenn wir zusammenspielen. Also, ich hab gestern Nacht mit MacBoostLP ein bisschen zusammengezüllt, auch noch mit den Inrop, aber, äh, wir wollten erstmal testen, wie das so. Ich muss gleich nie, jetzt, gib doch mal Gas davor, ne, Alter, schließt der ein. Nein, wir fahren, äh, hier so außenrum. Wir fahren den Rettschild hinterher. Ähm, ja, ich muss ehrlich sagen, wir haben das ein bisschen getestet, war auch schon ein tolles Ding. Ich bretter mal natürlich hier wieder vor und fahr hier mal alles frei. Voll in den Tod. Ja, ich bin schneller als du. Ich bin überholt, wo? Ich bin nicht mehr drin. Ja, einer muss vorfahren. Da kommt schon der erste. Wow, mein Fahrer ist tot. Und der erste ist da. Und das, sie haben den verwendeten Retscher getroffen. Hab ich den Kühl gemacht? Ne, null. Nein, leider nicht. Ja, der andere Vogel, ne? Ja, 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 ja. Lass mich mal schön auf Offensive, ne? Ja, ich bin gerade selber am Arsch. Irgendwie durchschlagen ich seine Panzerung nicht. Ja, jetzt habe ich ihn durchschlagen. So, jetzt können wir draufhalten, seine Panzerung ist durch. Hab das Gefühl, der ist irgendwie auf dem Desktop, der verliert nämlich gar nichts. Wenn der auf dem Desktop ist, ist das ein ganz schönes Arschluss. Aber ich glaube, der schießt auch, oder? Ah, ne, ich habe ihn getroffen. Oh, nein. Panzerung nicht im담engen. Ich heiße das Wort, getroffen aber, ne? Oh, ja, das kommt, dein Mann, ne? Komm, hei rein, 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 um den Kriegen, rein, 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 rein. So, wieder der andere. Ey, was wissen das halt... Alter, ich kill den gleich so. Ich hole gleich so weg, diesen . auch Papa Arne der Gewalt er kann mit der Händler das ist der Abgeordnete hier auch fährt hinter den Haus nur zu uns im Kreativ einfach nicht werden ich muss kurz zurückfahren ja es hat andere den wohl der das ist doch so eine Pampnase der nicht mehr mit uns im Team drin Alter, und hat drei Haare am Sack und... Ist zum Kotzen dieser Perfekt, der Kotzenkasse. Ja, vorvor, vorvor, du hast einen besseren Panser. Ah! Ah, Hilfe, Hilfe! Ja, Hilfe, 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 fährt, es ist, ist hinter mir und sagt, Hilfe, Hilfe, Hilfe! Ja, du standest doch vor mir. Ey, ich kann mich nicht so schnell wenden, das heißt, du haust drauf und drehst nicht nach hinten um. Wir haben so oder so verloren, brauchst gar nicht mehr weitermachen. Ja, ich bin am Flüchten. Hilfe, Hilfe, wo ist Robin? Robin, der ist tot. Genau so wie ich, ich habe zwei Panzer am Arsch. Sack genauso wie ich, da mal drauf schießt. Hilfe, 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 steht hinter mir. Ey, das muss... Nee, Alter, komme ich nicht mit klar. Ja, Niederlage. Damit komme ich nicht ehrlich, ne, bäh, never ever. Naja, okay. Wenigstens... Ach, jeder muss man auch sagen, heute ist 8.0 rausgekommen, ne? Ja, also genau, das wollte ich jetzt sagen. 8.0, schönes Ding. Also wirklich die Macher von WOT. Klasse, Respekt. Hand aufs Herz, ein Applaus, Schulterklopfer. Ne? Wirklich, hat der echt gut gemacht. Muss ich ehrlich zugeben, es gibt geile Panzer, habe ich mir schon angeguckt. Es gibt richtig geile Sachen, der Inrop 214, 90, hat schon mal das Wasser geküsst, aber... Was soll man auch mehr machen, ne? Was soll man, das natürlichste der Welt? Richtig. Wir spielen, äh, ja, mal gucken, ne, zwei Runden und dann schon wieder eine Folge rum. Ha, 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 na, noch kommen nämlich schon bei 6 Minuten. Ja, ja. Also wir halten wieder zusammen, ne? Das heißt, wir fahren, äh, ja, so, so da vorne, weißt du, seht ihr den Kettner? Kettner ist ganz links, ganz links da. Ja. Da den Weg fahren wir runter, wir fahren außenrum. Okidoki. Würde ich empfehlen, oder nicht, Robin? Ist ja immerhin besser. Hm, ich höre auf euch. Warten wir mal zuhören, kurz. Glaub mir, also ich und, äh, ich und, äh, ich und, äh, Mac, 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 Boozer, MP. Wie, wir haben gestern auch sehr viel zusammengehalten, wir sind wirklich nur zu zweit gefahren. Ich muss sagen, ne, wir haben mehr Kills gemacht als alle anderen und das war ein größerer bei uns. Ja. Wir fahren, glaube ich, keine Ahnung. Ich glaube, du hast in einem Spiel zwei gemacht und ich habe in einem Spiel auch immer mindestens zwei gemacht. Robin, das war ganz ordentlich gestern. Also ich will nicht sagen, aber es ist ein Panzer und kein Sprungpanzer, ne? Robin? Hm? Nur mal so ne kleine Info, oder, weiß ich, ja, oh, guck mal, der eine da, der benutzt schon einmal den Neue, was es seit 8.0 draußen ist. So, jetzt müssen wir ordentlich zusammenhalten, jetzt nicht Hilfe, 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 da ist ein Panzer, auch wenn ich die Vorfahren draufheizen. Ja, wenn ich dich dann abschließe, dann... Ja, dann habe ich das gelitten, dann jeden Tag. Ihr müsst nämlich wissen, der Mein Kampf im Echtleben sehr aggressiv, er schlägt dann, wenn man nicht. Da kommen nämlich schon welche. Nein, Spaß. Ja. Mein Kampf im Echtleben ist ein ganz lieber. So, wer hat einen besseren Panzer von uns, der fährt jetzt vor. Ich. Wenn du willst, viel Spaß. Ja, der ist schneller auch, als wirklich. Wir spielen alle mit einem Tech-Zweier, muss man sagen. Ja, jetzt ist er schon auf meiner Reichweite, die ist weggebracht. Die Schweine. Ja, jetzt habe ich einen. War ich nicht schön. Von hier oben. Da habe ich einen Daumen gemacht. Nein, das war wer anders. Das ist weg. Die Fahre aber auch ständig, alle sind nervig. Boah, was soll denn? Wo werden die denn hier geballert? Von der anderen Seite. Die von anderen Seite. Wo, wo, wo? Wo ist denn? Alle hinten. Du Arschloch, komm hierher. Ich haut dich kaputt. Okay, irgendwie haut mich da auch kaputt. Von der Seite. Na, er hat ihn runter. Der Dom 1414 hat das gemacht. Du, ich brauche noch einen Treffer und dann ramme mich bitte nicht. Wäre echt scheiße, wenn... Ramme mich doch bitte nicht. Dreh doch deinen Panzer bitte. Es gibt ja auch eine Perspektive für, ne, Frauen, am Steuer. Halt die Schnauze. Nenn mal nach hinten gucken. Es, äh, also ich traue mir... Ja, war dahin. Sind alle auf meiner Reichweite die Penner. Ja, alle auf meiner Reichweite. Ja, ich würde mich trauen, jetzt runterzufahren, weil ich meine, ich habe jetzt so oder so nichts mehr zu verlieren. Aber die Frage ist, lohnt sich das jetzt schon, weil wir sind zwar sechs, wir haben zwar vier, also sechs gekillt, aber... Ne, wir bleiben noch hier in Sicherheit. Was das Beste ist, also wir sind die Pro-Gamer à la Pro-Gamer, würde ich mal behaupten. Wir sind zu dritt und keiner von uns hat einen Kill. Ja, das muss man erst mal können, aber pass auf, da unten kommt einer angefahren. Der Führer oder schlechter sich hinter Gebüsch her. Ich sehe noch nichts. Ich sehe, ich habe gerade einen Anfang sehen. Ah, da hinten ist einer. Ah, da hinten. Ach, der T1 kann ich hin, ja. Von der Seite werde ich auch so ein Ballad-Trace. Auch wieder irgendeiner, der... Ich bin da, oder? Ja, ich bin da. Pass auf, irgendeiner Schiefer von ganzem... Ich bin da auch Dorn, ja, weil... Wir kommen erst mal, na? Ich habe keine Rechweite, das scheiße. Robin, fahre mal aus, da jetzt. Der versteckt sich da die ganze Zeit Camper. Ja, da unten steht die ganze Zeit. Ich habe doch gesagt, da fährt einer rum, aber nach einmal wäre ich schön. Man wäre ja nur fühlen. Wir müssen auf jeden Fall besser werden. Wir müssen gewinnen, das ist das Einzige, was ich erst mal gerade will. Ich habe nämlich, glaube ich, noch nie in einem Film wirklich gewonnen. Wir müssen nachlesen. Puff Puff hand. da kommt bestimmt noch. Robin Verrunter hält den Puff Puff an. Puff Puff. Robin, du musst Puff Puff helfen. Das ist jetzt das Einzige, was mir nie zählt. Hält Puff Puff. Pass auf, da hinten ist eine Nahter. Wow, Alter. Alter, ich bin gerade gesprungen, fuck. Da hinten sind sogar drei Stück. okay ich muss mal er ihr macht man kurz weiter ich muss mal im kurzen kommen wir wieder aber auch auf die um auf die um los proben wir fehlen auf die ums einzuschlaufen und das letztlich anders machen ich glaube wenn du tot bist können wir die folge auch schon wieder beenden also wir sind jetzt schon bei 13 minuten ich weiß nicht wie lange wir machen wollen 20 15 25 mit uns ja gleich schon sagen ich kann ja dann schon mal in die garage gehen oder ich guck dem defekt einfach noch zu sind eh nur noch drei am Leben ihr macht sogar einen Tag 1er mit Victor also übrigens für die leute die auf meinen Kanal zuschauen ich habe jetzt übrigens den leichten Panzer also den Leichtfaktor habe ich jetzt übrigens schon einen Panzer hochgespust dafür ist jetzt der BT2 und wenn ich Glück habe und heute Nacht jetzt noch genug EP-Punkte bekomme seht ihr bei der nächsten Folge schon den BT2 aber ich will noch nichts versprechen und die letzten beiden Kills kommen mir und ein Sieg Alter du hast ja jetzt in den letzten paar Dings noch 2 Kills gemacht ja oh aber für den Sieg gab es ordentlich Erfahrung 330 Erfahrung und 300 Münzen äh 3000 Münzen ja 300 541 Erfahrung und 6700 Münzen also du hast aber auch 2 Kills gemacht ne das war ja auch ordentlich hm ich bin wieder bereit ich würde sagen eine Runde machen wir damit nicht eine Runde kommen wir warten noch auf 5 5 5 3 noch alles klar ja bei dem hat gerade die Kloppe ich glaube er kommt wieder ich glaube 1 die ganze Zeit gemacht so ich weiß nicht was ihr hier die ganze Zeit tut mir leid das ein bisschen länger gedrückt hat ich würde erstmal sagen das war es erstmal wieder von einer Folge ich bedanke mich dass ihr eingeschaltet habt ich weiß ja nicht was ihr gesagt habt aber ich sage bis dann Leute und äh ja Ciao Ciao ja dann haben wir auch ne dann Ciao